Willkommen zurück zu Assassin's Creed Syndicate. Wir machen weiter mit der Verschwörung von Darwin und Dickens. Ein kunstvoller Plan. Helfen Sie John Hammond das Herz seines Mädchens zu gewinnen. Ich habe eine Artvolle Plan. Du, in der Rolle von Ruffian, werden sie schützt. Dann muss sie nach dem, wo ich wundere. Ich werde aus einem Schadowskorn und schütze dich zu einem Pulp, damit sie sie ihre Leben und gewinnen ihre Herz. Das ist weit und weg, von der Schadowschritte, das Schadowschritte, das Schadowschritte, das ich noch nie gehört habe. Jetzt, ich mich in ein paar Mal in Silubrius, und ich werde dir einen Anruf für dich bereitstellen. Somewhere in der Anruf sollte es sein. Ja, genialer Plan. Okay, ich mach mit. Ach ja. Schlafen Sie jetzt! Das wird es tun. Sieht gut, Frau. Auf geht's und sie schnapp. Sie ist an der Waterloo Station, ich glaube. Oh, und sicher, dass du dein Teil gut spielst. Ja, natürlich. Ich, äh, ja. Ganz ehrlich, ich finde diesen Plan sowas von bescheuert. Und wahrscheinlich wird der sogar noch funktionieren, aber... Gut, entführen wir die alte und schauen mal, wie das Ganze ausgehen wird. Ja! Ups, Verzeihung. Harte, Frau. Ja, wie komme ich jetzt da hoch? Oder da rein? Ja, wie... Hä? Wie komme ich jetzt hier? Gibt es irgendwie eine Einstiegsmöglichkeit durchs Dach? Ach, war das nicht, wo wir Sprungfederjack bekämpft haben mit Eevee auf dem Dach? Um Himmels Willen! Ah, hier, hier kommt rein. Hilfe! Wie zum, was zum, wo zum? Oh mein Gott, ich hab mich verlaufen, wie? Wie komm ich da denn jetzt rüber? Alter Schwede, ich kenn mich bei so, ich kenn mich hier leider nicht aus. Ah, ach, das war, ich glaub das war auch die Station, wo wir, Gott, wie hieß die alte nochmal, die Jacob gekillt hat? Oh mein Gott, ich hab mich verlaufen, ihr kleines Böder. Oh, stopp! Help! Du hast kein Geschäft hier, du bist nicht mehr los. Oh mein Gott! Was ist passiert? Unhand mir das instant! Was ist das? Ich muss nur gucken, dass ich jetzt hier in keinen Polizisten reinrenne Ich muss nur gucken, wie ich hier rauskomme Holy shit Muss ich jetzt runter? Oder? Ich glaube, ich muss runter Bitte pack weiterhin fest, bitte pack weiterhin fest, bitte pack weiterhin fest Okay, Bella, John übergeben Vorne, das müsste meine Kutsche sein Dann können wir sie da nämlich reinschmeißen und Da hinfahren Da hat es gerade ein bisschen gelaggt Na, ich sehe ihn schon Na dann, ich bin gespannt Unhand her, ruffian Ich werde dich, Madame Für ich bin John Hammann, deine Fiancée Was? Holger! Take this, you roh! Rather suspicious Take your punishment Clearly, I have your better I will explain what is happening Take this, you roh! I swear! Not actually, this is called you Take your punishment So, mehr kann ich ihm jetzt leider nicht mehr tun Tut mir leid, Entschuldigung Ich bin bei sowas nicht so gut Okay, dann nochmal Ey, aber bis der mal zugeschlagen hat Ich bin John Hammann, deine Fiancée Okay, what? What? Hang out! Nice! You're not actually trying Take this, you roh! Take your punishment Clearly, I have your better Take this, you roh! You're not actually trying to kill me Take this, you roh! This is called you Stop! Take your punishment Ha! Clearly, I have your better Take this, you roh! Take your punishment Hey, I have to go on! It was a happy coincidence that you were here to save me Wasn't it? And if you will allow me, my dearest Bella I shall forever be by your side to protect you from this day forth Come, my dear, let us be gone from this terrible place And I shall explain all I should return to Charlie and Charlie to tell them the happy news To Charlie and Charlie Okay, off geht's Ja, sorry, dass ich den ersten Kampf Ich hätte einfach das wirklich so, wenn er abgewehrt und geblockt hat Da dann einfach immer nur zuschlagen Das ist das Einfachste Und dann lässt man ihn eben zuschlagen Und gut ist Ich bin bei solchen vorgetäuschten Campen nicht so gut So, dann erzählen wir das den beiden mal So, all's well that ends well Our young lovers are united at last And will soon marry No accounting for taste, I suppose And by the looks of you, they really hit it off I must say, it's all rather exciting I do love these sorts of tales It all feels strangely familiar I wonder why We should drink to John Hammond And his unconventional idea of courtship Indeed, to John Hammond Our mutual friend Ein kurz voller Plan Abgeschlossen Okay, dann haben wir hier sonst keine weiteren Missionen mehr Ich weiß jetzt nicht, ob ich damit schon alle Missionen abgeschlossen habe Vielleicht kommt in der nächsten Sequenz dann nochmal was Dann würde ich sagen, dass wir im nächsten Part Uns um die Sequenz 7 Die Leibwache kümmern Die Mission mit Jacob Bis dahin Ciao